Mit SWF erkennen Sie ganz einfach fehlerhafte Wischer. Wischblätter sind für Fahrer der Schlüssel zu einer klaren Sicht. Die Überprüfung der Wischblätter ist ein wichtiger Bestandteil der Fahrzeugkontrolle und zwingend vorgeschrieben. Es gibt vier Probleme bei Scheibenwischern, die Sie ganz einfach ermitteln und beheben können. Streifen, Wasserdunst, Flattern und Lärmgeräusche, vom Wischblatt unberührte Flächen. Streifen. Ist das Wischgummi beschädigt oder zerrissen, treten Streifen auf der Windschutzscheibe auf. Niedrige und hohe Temperaturen, Eis oder Schmutz, können die Grundursache sein. Wechseln Sie deshalb die Wischblätter aus, um das Problem zu lösen. Wasserschleier auf der Windschutzscheibe werden erzeugt, wenn das Wischgummi nicht in die korrekte Stellung kippt und auf der falschen Seite liegen bleibt. Mit der Zeit und aufgrund der wechselnden Außentemperaturen verhärtet das Gummi. Wechseln Sie deshalb die Wischblätter aus, um dieses Problem zu lösen. Rattern und Geräusche Rattert der Wischer, erzeugt er Geräusche auf der Scheibe. Das liegt am verhärteten Gummi des alten Wischblattes oder an kalten Außentemperaturen. Aufgrund des hohen Drucks des Wischarms verfügt das Wischgummi nur über eine begrenzte Bewegungsfreiheit. Durch intensive Nutzung vergrößert sich der Bewegungsspielraum am Adapter. Wechseln Sie daher die Wischblätter aus, um dieses Problem zu lösen. Ungewischte Stellen Wenn Flächen nicht gereinigt werden, liegt es bei höheren Geschwindigkeiten am Luftstrom unterhalb des Wischers. Der Anpressdruck unterhalb des Wischblattes ist ungleichmäßig verteilt, da der Wischarm einen Teil seiner Druckkraft verloren hat. Um dieses Problem zu lösen, überprüfen Sie, ob der Wischarm fest genug fixiert ist oder wechseln Sie das Wischblatt aus. Ein guter Wischer zieht auf der Windschutzscheibe keinen nassen Schleier, ist geräuschlos, hinterlässt keine Streifen und reinigt vollständig. Ihre Kunden benötigen Komfort und Sicherheit. Wechseln Sie deshalb die Wischblätter Ihres Kunden mindestens einmal im Jahr aus. SWF Der Deutsche Wischerspezialist